Was soll das denn? Gib mir sofort die Leiter her, ich brauch sie. Nein. Wirst du wohl? Nein. Ich zähne bis drei. Eins. Zwei. Drei. Also, warum denn nicht gleich? Sehr geehrter Herr Fernsehdirektor, damit möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich die Schmach, die Sie mir anlässlich meiner letzten Sendung, Kultur rund um die Uhr, angetan haben, nicht willens bin, zu ertragen. Ich scheide deshalb aus dem Leben mit vorzüglicher Hochachtung Ihr Doktor Adolf Hauf. Ja, Ben! Können Sie nicht aufpassen? Nicht. Liebling, geh ins Bad. Die Flecken kriege ich ja nie mehr wieder aus dem Teppich. Warum müssen Hinrichtungen eigentlich immer zu so unchristlichen Zeiten angesetzt werden? Entschuldigen Sie, Herr Direktor, aber es ist wegen Dexter. Mary Dexter. Mary Dexter, klar. Punkt 6 Uhr, Hinrichtung durch den elektrischen Stuhl. Und? Ich habe Sie soeben vorschriftsmäßig nach Ihrem letzten Willen gefragt. Und? Was will Sie? Sie will das Abitur nachmachen. Frau Doktor, dieser Mann stöhnt so furchtbar, da kriegt man ja kein Auge zu. Können Sie den nicht woanders hinlegen? Ja, wohin denn? Wir haben doch keine Betten mehr. Von mir aus ins Sterbezimmer. Mann, was glauben Sie denn, wo Sie hier sind? Ja, Mann.